Guten Morgen! Wow, so viele schon da zu so einem trockenen und schlimmen Thema. 5G in Deutschland, um Gottes Willen. Ja, eigentlich muss ich nicht viel dazu sagen. Also wir wissen alle und wir sehen es alle, dass alle anderen es anscheinend besser können, als wir hier in Nordland irgendwie, wo Dinge mit großer Regelmäßigkeit verkackt werden. Die Schweiz hat ein 5G-Netz. Okay, es gibt anscheinend keine Endgeräte, aber das ist ein anderes Thema. Also die Schweiz hat es, die USA haben da Dinge, die Asiaten sowieso. Wir haben die Bundesregierung, wir haben die Bundesnetzagentur und wir verkacken es mal wieder. Aber das ist die administrative, politische, kaufmännische Welt. Und die frustriert ja. Und wir machen halt eben was anderes. Es wird halt eben über die technische Ebene erzählt. Was ist 5G eigentlich? Also ist 5G jetzt das, was ich auf meinem Handy haben werde? Ist 5G was, was mein IoT-Gerät haben wird? Diese ganze Geschichte erzählst du uns heute. Und ich habe schändlicherweise deinen Namen gerade vergessen. Heurikus. Heurikus. Heurikus, ja. I'm sorry for that. Kein Problem. Ja, Heurikus wird uns darüber erzählen. Applaus für Heurikus. Und habt Spaß. Ja, hallo. Ich bin der Heurikus und ich habe mir heute vorgenommen, nicht in einer Stunde, sondern mal nur in 30 Minuten, mich mal kurz zu fassen und einen kleinen Überblick zu geben. 5G. Was ist das eigentlich heute? Weil man liest so viel in der Presse, über was das alles können soll und ganz toll und die ganz vielen Gigabits und Internet of Things und selbstfahrende Autos und la la la. Ist auch alles spezifiziert, aber was dann auch tatsächlich mal draus gemacht wird und einen ganz speziellen, was in den nächsten zwei, drei Jahren eigentlich davon sichtbar sein wird für uns zum Nutzen. Das wollte ich heute mal ein bisschen zeigen, die Technik dahinter. Kurz zu mir. Ich mache jetzt seit etwa 20 Jahren Mobilfunk, habe angefangen bei einem Hersteller, habe da Softwareprogrammierung gemacht, bin dann so vor zehn Jahren bei einem Mobilfunknetzbetreiber gelandet, mache also seither Mobilfunk von der anderen Seite her beim Netzbetreiber aus. Nicht bei dem, der jetzt hier auf meinem Einführungsslide ist, aber ich fand es sehr putzig und wenn man schöne Werbung macht, auch wenn es jetzt in Indien ist, dachte ich, ja, verdient auf meine Slide vorne drauf zu kommen. Okay, ich will nicht über die schlechten Sachen reden, also wie zum Beispiel Frequenzversteigerung, wo wir gerade so bei sechs Milliarden oder so sind und jeder fragt sich so, naja, okay, hätte man auch schon 50.000 Basisstationen dafür hinbauen können, will ich nicht erzählen, sondern ich möchte mich auf die Technik konzentrieren und zwar das Tolle an 5G oder an den ganzen Mobilfunksachen, die wir heute haben, ist, es ist alles standardisiert und alles öffentlich, das Gremium, das das macht, das heißt 3GPP, Third Generation Partnership Project, hatte man damals gestartet, als UNTS spezifiziert worden ist und die Webseite heißt 3GPP.org und da kann man sich sämtliche Standards und Spezifikationen runterladen, man kann sich die ganzen Meeting-Dokumente, die ganzen Change-Requests, man kann sich da Diskussionsdokumente, also alles, was an Dokumenten gemacht wird für diesen Standard, kann man da sehen, runterladen und kann es selber nachlesen. Und was ich heute zeigen werde, basiert alles auf diesen Spezifikationen und das, was auch die Hersteller sagen, was sie in nächster Zeit rausbringen werden und das, was man so schon aktuell draußen sehen kann, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Ich habe erstmal einen Überblick gebaut, wie so ein Netzwerk heute aussieht, wie ein LTE-Netzwerk heute aussieht. Wir wollen zwar auf 5G reden, aber da ist es ganz wichtig, dass man einfach kurz noch über LTE geredet hat, weil das alles sehr eng miteinander ist. Dieses Übersichtsbild zeigt ein Netzwerkdiagramm, was für Komponenten es im Netzwerk gibt, kann man mal grob aufteilen zwischen Core-Netzwerk, das sind diese ganzen Kisten hier oben, kann man das sehen, die Maus ist nicht da, na egal. Also ich habe ein Kernnetzwerk, das Schöne ist, es ist alles IP-basiert, sind halt überall, geht die Fiber rein, Fiber raus, SFP, SFP Plus, alles ganz toll. Was man so kennt, war früher nicht so, da gab es ja okkulte Protokolle, die man nicht so kannte, wenn man so direkt von der Mailbox-Szene ins Internet gegangen ist, aber so seit LTE ist es alles ganz schön, alles IP-basiert und es gibt, obwohl jetzt alles auf IP ist, gibt es eigentlich zwei Datenströme. Da ist es zum einen die Userplane, das bezeichnen die Datenpakete, die ich jetzt erzeuge, wenn ich auf meinem Handy im Internet surfe, das wird als Userplane bezeichnet, die Nutzdatenpakete und die fließen zwischen dem Internet ganz oben rechts und unten links zum LTE-Endgerät. Da geht es durch ein paar Router durch, die werden Gateways genannt, da gibt es den PDN-Gateway und den Serving-Gateway. Die machen hauptsächlich die eine Geschichte, nämlich die verstecken die Mobilität des Teilnehmers vor dem Internet, weil im Internet habe ich eine IP-Adresse, die dann auch noch genattert ist meistens, aber ich bewege mich ja und bewege mich von einer Station zur nächsten Station, zur nächsten Station, durch das Land, durch mehrere Länder und die IP-Adresse bleibt immer gleich und diese Gateways verstecken das und ich werde von einem Gateway zum nächsten weitergereicht und die tun die Routen entsprechend updaten, ohne dass das im Internet sichtbar ist. Dann gibt es noch die Control Plane, das sind die linken Kisten, das ist die Mobility Management Entity, das heißt S. Da werden Sachen gemacht wie Authentifizierung, Billing aufgesetzt und auch meine Mobility, also sprich ich werde da geguckt, dass wenn ich mich mit meinem Handy einbuche ins Netzwerk, dass das nur ich machen kann, weil auf meiner SIM-Karte die Credentials drauf sind, das wird mit der MME verglichen und dann authentifiziert, da wird dann auch Verschlüsselung entsprechend konfiguriert und im HSS, das ist die Datenbank, da ist für jeden Teilnehmer von Mobilfunknetzwerken Eintrag drin, wo drin steht, was er machen darf, wie viele Gigabyte Datenvolumen er hat, was für Services er benutzen darf, Telefonie, SMS, Internet und so weiter und das ist das Kernnetzwerk. Das ist noch der unspannendere Teil, zumindest für mich. Unten ist dann das Radionetzwerk, auch das RAN genannt, Radio Access Netzwerk und wenn wir erstmal links gucken, da hat man heute typischerweise eine LTE-Basisstation, die heißt E-NodeB, keiner weiß warum das so heißt, hat man halt mal so genannt und so ein E-NodeB ist heute typischerweise über Glasfaser oder über Richtfunk angebunden an das Core-Netzwerk zum einen und die E-NodeBs, die reden auch miteinander, damit man so ein Handover, wenn man von einer Station zur nächsten geht, dass es möglichst schnell und reibungslos und ohne große Unterbrechung geht. Also wir reden da so 50 Millisekunden Unterbrechung, kriegt man also nicht mit und damit es sehr schnell geht, gibt es da dieses X2-Interface, das ich da gestrichelt gemacht habe, damit die direkt miteinander reden können. So, jetzt kommt der spannende Teil, was ist jetzt hier 5G eigentlich an der Sache? Nix. 5G, das Einzige, was jetzt im ersten Schritt und für die nächsten paar Jahre dazu gemacht wird, ist, wir tun zusätzlich zu dem E-NodeB noch ein 5G-G-NodeB hinstellen, ist entweder die gleiche Kiste, weil man einfach eine neue Software drauf packt, ist aber meistens noch eine extra Antenne, die zusätzlich an Mast hin muss, das zeige ich nachher gleich. Aber das war es dann schon. Im ersten Schritt bei 5G geht es nur darum, mehr Bandbreite und mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Also alles andere, was man da schon gehört hat, so mit Vehicle zu Vehicle und Internet of Things und bla bla bla, könnt ihr mal gleich wieder vergessen, es geht im ersten Schritt nur darum, mehr Bandbreite und mehr Geschwindigkeit zu kriegen. So, wie macht man das? Irgendwo muss die Bandbreite ja herkommen. Wenn man sich anschaut, LTE heute, gibt es einen Haufen Frequenzbänder, die da verwendet werden. In Deutschland sind es hauptsächlich drei. Da ist das das 1,8 Gigahertz Band, das 2,6 Gigahertz Band, die werden typischerweise in Städten verwendet. Und dann gibt es da das 800 Megahertz Band, hat eine bessere Ausbreitungsbedingung, deswegen wird es hauptsächlich auf dem Land verwendet, hat aber den Nachteil, dass man da nur 30 Megahertz zur Verfügung hat. Drei Netzbetreiber, jeder nur 10 Megahertz, das ist sehr wenig, aber dafür kann man eine sehr große Fläche abdecken. Wenn man nicht viele Häuser hat, kann man ja damit auch schon mal was anfangen. So, und wenn man jetzt schneller werden will und mehr Bandbreite haben will, vor allem in den Städten, ja, da muss man halt einen neuen Frequenzbereich dazunehmen. Und für 5G ist es dann der 3,5 Gigahertz Bereich, der ist insgesamt 400 Megahertz breit, also kann man schon sehen, der ist echt mächtig. Wenn man das mal mit dem 800 Megahertz Band vergleicht, für das Land, wo man da gerade mal so, naja, 30 Megahertz hat, hier hat man dann 400, kann man schon was mitmachen. So, also der große Vorteil von 5G ist eben, ich habe höhere Kapazität, indem ich ein neues Frequenzband habe, das echt sehr breit ist. und noch breiter als eben LTE, was ja auch schon nicht so schlecht ist. So, wieder mal schnell kurz gucken, wie mache ich höhere Geschwindigkeiten heute in LTE und wie kriege ich höhere Bandbreiten her, weil so mit einer Basisstation redet ja nicht nur ein Teilnehmer, sondern sehr viele. So typischerweise hat man so etwa 2000 Leute oder 2000 Geräte, die mit einer Station reden. Nicht alle gleichzeitig, aber so im Schnitt Anzahl der Teilnehmer, die man da so hat. Und wenn es natürlich langsam wird, irgendwie so abends, alle Leute schauen sich schöne Katzenvideos und sonstige nette Sachen an, wird es eng. Also macht man Kanalbündelung und verwendet mehrere Kanäle gleichzeitig. Also man verwendet dann zum Beispiel 20 MHz oder 30 MHz im 1,8 GHz-Bereich und dann noch 20 MHz im 2,6 GHz-Bereich und dann vielleicht nimmt man die 10 MHz von 800 MHz noch mit zu. Dann hat man 50 oder 60 MHz statt nur 20 MHz oder nur 10 MHz. Und so kann man die Geschwindigkeit steigern. Wenn man sich das dann heute anschaut bei LTE, wo kommt man da so in etwa hin? Das Endgerät muss das natürlich auch können. So die Älteren können weniger Carrier zusammenfügen als neue Endgeräte. Aber so neue Endgeräte können typischerweise 4 mal 20 MHz bündeln, also bis zu 80 MHz. So viel haben die Netzbetreiber aber meistens nicht. Wenn man das aber zusammennehmen würde mit vier Carriern, 20, 40, 60, 80 MHz, dann käme ich schon auf 600 Mbit pro Sekunde, ohne mich groß anzustrengen, wenn ich die Zelle für mich alleine hätte. Und wenn ich dann noch so schöne neue Übertragungsverfahren dazu mache, wie 4 mal 4 MIMO und 256 QAM, da kommen wir gleich noch so ein bisschen dazu, dann schaffe ich auch bei LTE heute schon theoretisch über 1 Gigabit pro Sekunde. In der Praxis nehme ich mal an, das hat noch niemand von euch gesehen, also theoretisch alles super spezifiziert. So 800 habe ich jetzt persönlich mal schon gesehen, da ist dann aber Ostern und Weihnachten zusammengefallen und ich hatte sechs Richtige im Lotto, alles am gleichen Tag. Kommt man normalerweise nicht hin, das ist alles Schöntheorie. in der Praxis, selbst wenn ich Carrier Aggregation mache und mal so normale Übertragungsbedingungen habe, kriege ich 200 Megabit, 300 Megabit pro Sekunde im Downlink. Das war es dann aber. Aber in der Theorie über 1 Gigabit auf so einem Kanal. Ganz wichtig, weil das nachher nochmal kommt, wollte ich kurz erklären, was dieses MIMO ist. Bei Datenübertragung in der Luft ist man eigentlich bisher so vor den LTE-Zeiten hergegangen und hat auf einem Frequenzband eine Übertragung gemacht. Das war es. Ist normal. Und bei LTE ist man dann zum ersten Mal in der Praxis auch hergegangen und hat dann sich den Umstand zunutze gemacht, dass sich ein Signal nicht nur in eine Richtung ausbreitet, sondern in mehrere Richtungen und dann an Gebäuden reflektiert wird und dann in unterschiedlichen Zeiten ankommt am Endgerät. Und man hat es dann hingekriegt mit ganz schön viel netter Mathematik, dass ich mehrere Signale auf der gleichen Frequenz ausstrahle und dann aber in unterschiedliche Richtungen sende und am Endgerät werden die von unterschiedlichen Richtungen empfangen und somit kann ich auf der gleichen Frequenz zwei, drei oder vier Datenströme gleichzeitig übertragen. Multiple Input, Multiple Output auf der gleichen Frequenz. So typisch sind heute 2x2 MIMO, das funktioniert ganz gut. 4x4 MIMO gibt es auch, braucht man aber dummerweise vier Antennen dafür. Und vier Übertragungswege in der Praxis wirklich zu haben, ist sehr schwierig. Deswegen 4x4 MIMO muss man schon einen guten Tag haben, dass man das mal hat. Aber 2x2 ist eigentlich kein Problem, hat man fast immer. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu 5G. Wie werden wir schneller? Man könnte jetzt natürlich nur 5G nehmen, aber dann würde ich mir das theoretische Gigabit verschenken, das ich bei LTE ja schon habe. Deswegen geht man her und kombiniert 4G und 5G. Die ganze Kontrolle bleibt weiterhin auf der LTE-Seite und man nimmt sich diese 5G-Zelle nur so als Kapazitätszelle noch mit dazu und hat dann da, je nachdem, was bei dieser tollen Auktion rauskommt, die gerade noch läuft, bis zu 100 MHz zusätzliche Bandbreite. Also es ist sozusagen ein Speedbooster, die 5G-Geschichte. So konzeptionell ist natürlich gedacht, dass es irgendwann nur noch 5G gibt und dann auch die 5G-Zelle die Kontrolle übernimmt und es gar kein LTE mehr gibt. Und zwischen diesem Extrem und dem heutigen Extrem, dass das 5G nur so ein bisschen ein Zusatzbau ist, wird es noch eine lange Übergangsphase geben. Aber in den nächsten 2-3 Jahren sehe ich das nicht. In den nächsten 2-3 Jahren wird es nur in Anführungszeichen ein Sidekick nebendran sein. Was ich hier mal habe, das ist eine Tabelle aus der Spezifikation raus, die zeigt eine Kanalbündelung von Kanal 3 und Kanal N78. 3, das ist 1,8 GHz bis zu 20 MHz Bandbreite und dann N78, das ist das 3,5 GHz Band. Da kann man bis zu 100 MHz verwenden. Das wären 120 MHz zusammen. Aber man kann natürlich auch noch mehr LTE-Kanäle gleichzeitig bündeln. Das wären dann zum Beispiel 150 MHz zusammen, auf denen man senden kann. Also nur mal so zum kleinen Vergleich. So GSM, wenn man manchmal noch so ein bisschen draußen ist, so auf dem Land und nur noch GSM hat. So ein GSM-Kanal, der ist 0,2 MHz breit, 200 Kilohertz. Und hier reden wir über 150 MHz-Kanal. Ist also eine etwas andere Hausnummer. So, wie schnell ist denn das dann eigentlich? Ja, kommt darauf an. Wenn man jetzt mal hergeht, ich habe auch hier einen schönen Link zu so einem Throughput Calculator, da kann man alle Variablen einstellen, die man so denkt, dass der Übertragungskanal hat. Und wenn man da alles auf volle Pulle stellt, komme ich raus, ich kriege etwa 0,9 Gigabit pro Sekunde von LTE mit drei Kanälen, 50 MHz. Und nenne ich dann noch 5G dazu, nehme mit 100 MHz und alles super mega optimal ist, kommen da 1,8 Gigabit pro Sekunde raus. Dann habe ich 2,7 Gigabit pro Sekunde gebündelt zusammen. Und das ist das theoretische Maximum. Ja, in der Praxis, wie viel wird davon noch übrig bleiben? Ja, kommt darauf an. Kommt darauf an, wo. Wenn ich irgendwo auf einem Platz in der Mitte von der Stadt stehe, sieht das natürlich ganz anders aus, wie wenn ich auf dem Land bin und drei Kilometer von so einer Basisstation weg bin. Beim letzteren kommen dann ein paar Megabit raus. Beim ersteren, wenn ich auf dem Platz in der Stadt stehe, da komme ich sicher auf über ein Gigabit. Bei 150 MHz Kanalbreite kommt schon hin. Aber diese 2,7, das ist wirklich Theorie. Ich glaube nicht, dass wir das in der Praxis sehen werden, weil wir sehen auch heute, dass theoretische Gigabit bei weitem nicht das LTE bietet. Dann kann man sich mal so ein bisschen die Antennenstandorte anschauen. Ich bin immer sehr erstaunt, wie dynamisch das ist, weil man denkt ja immer so, ja, die klatschen da eine Antenne hin und dann läuft es eine Weile. Aber in der Praxis kann man sehen, da wird so alle zwei bis drei Jahre jeder Standort und davon gibt es so, je nach Netzbetreiber, so 20.000 Standorte zum Beispiel in Deutschland. Alle zwei bis drei Jahre wird das mal komplett neu gemacht, weil die Technik entwickelt sich rasend schnell weiter. So, das ist die Antenne auf meinem Nachbarhaus. Gucke ich ab und an, wie die aussieht, stelle ich immer fest, gestern hat die noch anders ausgeschaut. Ich habe mal ein Beispiel 2010, 2012, 2017. Man kann schön sehen, wie die sich entwickelt hat. Und so ein Standort besteht eigentlich immer aus drei großen Teilen, wobei zwei meistens zusammen sind. Oben ist die Antenne und unten, da ist die ganze Elektronik drin und die teilt sich nochmal auf in den Baseband. Das ist so eher der digitale Teil. Und in die Radio Unit, da wird dann aus dem digitalen Signal ein analoges Signal gemacht und verstärkt. Und das ist üblicherweise unten an der Antenne dran und die Antenne ist dann oben. So, früher haben die Antennen, waren ganz einfach, hat man einen schönen kleinen Rundstrahler gehabt, das war es. So, das ist schon 30 Jahre her. Heute sind die ein bisschen anders. Da sind ganz viele Antennen drin, in so einem Stab, den man da so sieht. So ein Stab, der ist etwa so zwei Meter hoch etwa. Und ich habe jetzt auf der nächsten Slide, habe ich ein Bild, wie das unten aussieht, wo die Kabel reingehen. Das sieht so aus, da sind ganz viele Stecker heute dran und jedes ist ein RF-Kabel. Ist deswegen so, weil da ganz viele Antennen drin sind. Zum Beispiel habe ich für einen Frequenzbereich, zum Beispiel schon vier Antennen da drin. Denn wenn ich vier mal vier MIMO machen will, brauche ich vier Antennen. Und wenn ich dann noch mehrere Frequenzbereiche habe, dann brauche ich für jeden Frequenzbereich auch noch andere Antennen und deswegen sind da so viele Stecker drin. Das sind aber typische LTE, 2G, 3G Antennen heute. Die 5G Antennen, die werden ein bisschen anders aussehen. Die werden nämlich so aussehen im ersten Schritt. Da hat man sich nämlich noch jetzt was Neues überlegt. Da möchte man ein sogenanntes Multi-User-MIMO machen und man möchte Beamforming machen und man möchte ganz viele andere tolle Sachen machen, um die Reichweite und die Kapazität zu steigern. Und das macht man mit sogenannten Array-Antennen. Also ich habe jetzt nicht mehr eine Antenne, die nur Antenne-Elemente untereinander angebaut hat, sondern ich habe ein Array, also Länge und Breite und habe kleine Antennen und kann die auch einzeln ansteuern. Und das Tolle, was ich bei diesem Ansteuern dann machen kann, ist, ich kann meine Signalenergie aufteilen und kann ein bisschen davon in diese Richtung schicken und ein bisschen in eine andere Richtung schicken und noch ein drittes Stück noch zum Beispiel in diese Richtung. Und somit kann ich mehrere Nutzer gleichzeitig erreichen. Macht man heute eben nicht. Heute verwende man die gesamte Signalenergie, tut die abgeben im gesamten Bereich von so einer Antenne. Und in Zukunft kann man das eben auch aufsplitten, um mehrere Nutzer gleichzeitig zu erreichen. Weil wenn ich hier ein bisschen mein Signal in diese Richtung schicke und ein anderes Signal in diese Richtung, dann kann ich unterschiedliche Signale auf der gleichen Frequenz wieder schicken. und damit es nicht langweilig wird, kann ich natürlich wieder, wenn ein Nutzer hier ist und ein Nutzer da ist, dem zwei Signale schicken, damit ich wieder MIMO machen kann und dem auch zwei und dem da drüben auch noch zwei. Das ist die eine Möglichkeit, um meine Kapazität zu steigern, also nicht nur 100 MHz Kanal, sondern auch jetzt mehrere Leute gleichzeitig bedienen, die in unterschiedlichen Richtungen von der Antenne sind. oder wenn jemand weiter weg ist und somit eigentlich ein schlechteres Signal hat, kann ich hergehen, nur den bedienen, aber dafür, das Signal enger zu machen, also meine Signalenergie bündeln und in seine Richtung zu schicken. Muss ich natürlich wissen, wo er steht. Okay, muss ich bei den anderen auch wissen, wenn ich mehrere bedienen will. Aber wenn ich nur einen bediene, dann kann ich alle Signalenergie nehmen, dann kann der weiter weg sein und somit kann ich den Zellradius erhöhen und kann auch die Geschwindigkeit erhöhen oder die Datenrate, die dieser Nutzer hat, obwohl er weiter weg ist. So, dann mal ganz kurz noch, wie sieht das aus? Wie wird die Datenübertragung gemacht? Im Prinzip ist es wie bei Wi-Fi heute. Ich habe einen Datenstrom mit Nullen und Einsen, der kommt rein, den teile ich dann auf in Unterdatenströme, die ich auf unterschiedlichen Frequenzen versende. Also die Frequenzen, die haben einen Abstand von 15 Kilohertz oder 30 Kilohertz. Also ich sende einen schnellen Datenstrom, indem ich ihn aufteile, senden viele langsame Datenströme auf unterschiedlichen Frequenzen, mache dann eine IFFT drüber, schicke die rüber über ein Signal, über die Luftschnittstelle, wie das so schön heißt. Auf der anderen Seite mache ich wieder eine FFT und dann kommt mein Originaldatenstrom wieder raus, der schneller ist als die Datenströme, die über die Luft übertragen werden, auf unterschiedlichen Frequenzen. Ich habe hier noch so ein schönes Raster, damit man mal sehen kann, wie das so in etwa aufgeteilt ist. Das sind also nicht nur so drei oder vier so gleichzeitige Datenströme pro Nutzer, sondern auf so einem 100 Megahertz Kanal, 5G, werden es etwa 3000 Datenströme sein, die gleichzeitig zu einem Benutzer gehen. Jeder davon sehr langsam, aber dafür eben ganz viele und deswegen kriegt man diese hohe Geschwindigkeit raus. Das Witzige ist, dass diese Geschichte, so wie ich es jetzt gezeigt habe, Wi-Fi macht es genau gleich, genau das gleiche Verfahren. Es werden also auch sehr viele langsame Datenströme verwendet, um einen schnellen Datenstrom zu übertragen. Der große Unterschied ist aber das Scheduling. Bei Wi-Fi geht man eher kooperativ her. Jede Station, ob das jetzt ein Endgerät oder ein Access Point ist, lauscht mal so auf den Kanal, sieht man, okay, da ist es jetzt frei, dann sende ich. Wenn es doch nicht frei ist, dann mache ich es halt nochmal. In der ganzen Mobilfunkgeschichte läuft es anders. Die Basisstation ist diejenige, die das alles im Griff hat und die die Sachen zuteilt und den Endgeräten sagt, wer jetzt senden darf und wann er senden darf und die trifft auch die Entscheidung, wer im Downlink bedient wird. Ist also ein sehr zentrales Management versus Wi-Fi, wo jeder so kooperativ an der Sache beteiligt ist. Hat natürlich den Vorteil, wenn man das so zentral macht, dann kann man die Ressourcen sehr gut ausnutzen, weil der zentrale Scheduler weiß ganz genau, vor wem er Daten hat und von wem er Daten kriegen will und kann dann auch viele Sachen noch berücksichtigen, wobei kooperativ nicht so einfach möglich ist. So, das ist so, das was 5G eigentlich liefern wird. Wir stellen noch ein G-Note-B dran, neben jeden LTE, irgendwann mal, neben jeden, am Anfang nicht an alle logischerweise, sondern nur an wenigen Punkten und von da aus geht es dann weiter. Geschwindigkeit und mehr Kapazität im Netzwerk, damit es auch in Hotspots, so abends, wenn jeder Video schaut, dass es nicht langsamer wird oder nicht so langsam, dass man es nicht mehr verwenden wird. Ja, dann, wie geht es weiter? Danach kommt natürlich alles das, was man in der Presse lesen kann. Irgendwann muss man mal 2G und 3G vielleicht mal abschalten, wäre ja toll, wird aber noch eine Weile dauern. Wir werden sehen, dass Frequenzen, das nennt sich Refarming gemacht wird, also da, wo heute LTE ist, wird man in Zukunft 5G machen. Wir werden ein 5G-Kernnetzwerk kriegen, wo man dann ganz tolle Sachen machen kann mit Virtualisierung und Service-Oriented und bla bla bla. Da kann man alles schön nachlesen, aber kommt nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren. So, Networksplicing ist auch eine nette Sache. Jeder kriegt sein eigenes Kernnetzwerk und auch schöne Campus-Netzwerke. Ich finde das auch einen netten Namen. Für mich sind es Fabrik-Netzwerke, wo man hergehen kann und Kunden kriegen direkt ein eigenes kleines Kernnetzwerk und LTE und 5G dazu und dann können die ihr eigenes Netzwerk betreiben. Ja, das ist aber noch so ein bisschen Zukunftsmusik und aber ich denke, so wir uns als Handy-Benutzer und Notebook-Benutzer dürfen uns freuen, dass da ein bisschen mehr Kapazitätszukunft im Netzwerk drin ist. So, dann bin ich durch mit meinen Sachen, die ich erzählen wollte. Vielen Dank fürs Zuhören und wir haben, glaube ich, noch ein paar Minuten für Fragen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank dir. Wir haben fünf Minuten noch für Q&A und ich würde sagen, wir machen es zügig und knackig, dass wir gut durchkommen. Ja, vielen Dank erstmal für den Talk. Sehr viel von den Sachen, die du vorgestellt hast, zieht ja jetzt darauf ab, dass ein einzelner Benutzer möglichst große Bandbreite bekommt. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass diese ganze Bandbreite unter 2000 Nutzern aufgeteilt wird, ist das denn überhaupt dann noch relevant? Ja, ich bin da als Ingenieur von der Technikseite so unglücklich, weil das wird ja immer genauso dargestellt. Boah, wir machen jetzt diese Gigabits und so alles. Aber so für mich persönlich ist eigentlich der große Hit von 5G die Kapazität, dass ich für die Teilnehmer, die da sind und immer mehr und mehr Daten übertrage, übertragen, dass die auch in Zukunft ihre Daten übertragen können, obwohl es immer mehr und mehr wird, dass es nicht langsamer wird. Also für mich ist es eine Kapazitätsgeschichte, nicht so sehr, wie viele Gigabit kann ein einzelner Nutzer kriegen. Ganz genau. Aber das kann man schlecht vermarkten und deswegen erzählen die immer was von Gigabits und so. Ja, hat ja auch seine Berechtigung, aber die Kapazität macht es. Ja, bei dem Beamforming, woher weiß die Station, wo ich bin? Da gibt es wie bei Wi-Fi, gibt es da ganz ähnliche Mechanismen, das Endgerät sendet. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, zum Beispiel das Endgerät kann ein Signal senden, die Basisstation weiß, wie das Signal aussieht, das sind sogenannte Reference-Signale und die Basisstation kann dann analysieren, macht einen Haufen Mathe damit und findet dann raus, wie sie die Gewichte an der Antenne, also die logischen Gewichte, einstellen muss, wie sie es am besten empfangen kann und somit kann sie die Richtung rauskriegen, wie das Signal ankommt. Weil man hat wieder nicht nur eine Antenne, sondern man hat 8x8, man hat zum Beispiel so 64 Antennenelemente drin und an jedem kommt ein bisschen von dem Signal an, kommt verzögert an, kommt mit Störungen an und dann muss man aus alledem, was man da empfangen hat, was ausrechnen, man weiß, wie es vorher ausgesehen hat, weil es ein Referenzsignal ist und dann kann man die Richtung ausrechnen und kann sich überlegen, wie muss ich beim Senden in die andere Richtung jetzt meine Gewichte auf jeder Antenne legen, also wie muss ich die Phase verzögern und wie muss ich die Leistung an jedem kleinen Antenne-Element entsprechend anpassen, dass wenn das alles zusammen dann läuft, dass die Signalenergie dann in eine bestimmte Richtung gesendet wird. Ja, vielen Dank auch. Ist außer dem ganzen MIMO und Beamforming und so auf der Funkseite noch irgendwas groß anders optimiert gegenüber 4G? Also du hattest auf den Folien irgendwie teilweise FDD und TDD draufstehen. Was hat es damit auf sich? Das sind zwei Antworten. Optimiert worden ist ja. Also es funktioniert noch. LTE und 5G funktionieren sehr ähnlich oder eigentlich genau gleich. Nur 5G ist viel flexibler, also ein Haufen Parameter, die statisch waren bei LTE. Zum Beispiel 15 Kilohertz Kanalbandbreite, die ist jetzt dynamisch. Die kann man 15, 30, 60, 120 Kilohertz zum Beispiel machen und tausend andere Parameter sind auch noch dynamisch gemacht worden für unterschiedliche Anwendungen auf unterschiedlichen Frequenzbändern. Das ist das eine. Und die FDD-TDD-Geschichte ist eigentlich noch ganz witzig, weil bisher hat man Mobilfunk immer FDD gemacht. Das heißt, Senden und Empfangen ist immer auf zwei unterschiedlichen Frequenzen gelaufen. Und bei 5G wird es jetzt erstmals in dem 3,5 Gigahertz Band so sein, dass man TDD macht, Time Division Duplex. Das heißt, man sendet und empfängt auf der gleichen Frequenz und wechselt immer ab auf der Zeitachse. Gut. Time's up. Ich danke dir. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt eine Menge gelernt, verstanden. Ich vermute mal, du bist noch ein bisschen hier. Ich bin noch ein bisschen da. Dass Menschen dich fragen können, löchern können. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön.